PlayStation 5 – Die Next-Gen-Konsole 2020 Die neue Generation der PlayStation lässt dich in eine bisher ungekannte Spielwelt eintauchen. Eine Bildwiederholrate von 120 Hz, 4K und Raytracing-Effekte sorgen für ein lebendiges Gameplay. Deine Spielaktionen spürst du dank haptischem Feedback und adaptiven Triggertasten. Die PS5 ist ab dem 19. November erhältlich, derzeit allerdings überall ausverkauft. Auch PS4-Spiele kannst du direkt auf der neuen Konsole zocken oder sie dafür upgraden. Alle Infos zu Hardware und den Games findest du auf featured.de. World of Warcraft Shadowlands – Die Erweiterung des MMO Das neue Add-on Shadowlands führt dich in das geheimnisvolle Reich der Toten im Warcraft-Universum. Erkunde fünf neue Zonen und schließe dich einem von vier Pakten an, die dir einzigartige Fähigkeiten verleihen. Mit der Erweiterung erwartet dich eine komplett neue Spielerfahrung mit überarbeitetem Level-Design und Klassenanpassungen. Die achte Erweiterung zum Spiel erhältst du ab dem 24. November. Spider-Man – A New Universe Das Oscar-Highlight zum Streamen Als bester Animationsfilm 2019 setzte sich der Spider-Man-Streifen von Sony gegen starke Konkurrenz durch. Eine radioaktive Spinne beißt den Teenager Miles Morales, der daraufhin von Original-Spider-Man Peter Parker unterrichtet wird. Jetzt ist der Kinofilm mit Comic-Einlagen auch bei Netflix verfügbar. Mit Vodafone Giga TV kannst du die Action-Komödie ab sofort streamen. Wieso du den Film nicht verpassen solltest, erfährst du auf featured.de.